so guten morgen kenners ja dlp hier und weiter geht es ein video mache ich doch noch ja ein einsatz komm das spiel bockt erst mal diesen unbekannten ort erforschen das sieht aus wie eine scheune da wir haben moin ok ja flieg halt komm jetzt bisschen höher wollen ja mit fallschirm abspringen danke shit hey das ist ja voll schnieker aus der hinten lalala lalala bisschen höher danke mache ich schon so danke 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 nicht am felsen zerstellen danke sehr schön hier gibt es feind aktivität muss ich nachladen das sieht man gern seht ihr feinde irgendwo wäre cool ich kann auch die drohne starten ok ich sehe ein scharfschützen ist ein scharfschütze krass gehen wir mal von hinten an die sache ran ich halte den gleich sowieso aus dann schalte ich den jetzt aus bleib mal stehen du keks ja super so doch nicht ich sehe zwei sikarios beim pool ok danke oh meine güte da läuft auch noch so ein keks ich gehe in position schalte ihn aus ey sieht schon keiner ich hab das ziel boom tango erledigt hat keiner gesehen na gut ok aber der kommt da jetzt hin dann sieht er ja dass sein homie da tot liegt noch ein dritter so den muss ich gleich ausschalten bevor der die leiche sieht so den schalte ich aus ok ziel markiert gut gute zusammenarbeit team so das sind jetzt die ach cool doch scheiße jetzt ich bräuchte echt einen simultanschuss gerade und das macht drei so die habe ich alle ich sehe einen narco sag mir wo wo ist einer komm schon sag ist sag ist dann nicht dann halt nicht ich brauche dich nicht ich mache das alleine jetzt ach hier der ist jetzt echt nicht leicht zu treffen ok ich muss warten bis das fadenkreuz da rein schwenkt würde ich sagen haha boah bin ich gut da ja ist es der wahnsinn ist es der wahnsinn hier sind echt viele feinde hier sind echt viele feinde die entdecken gleich eh leichen sind ja nicht blöd alter drohne fliegt guck mal hier liegt alles voller leichen und der sieht das einfach nicht dann bist du selber tot da merkst du selber vollidiot ok so langsam kann man mal reingehen waffe wechseln danke das nehme ich noch einer das war mal wirklich schleichen also das lief das lager werden erledigt hier ne ich bin doch noch nicht ganz durch ich ganz vorsichtig ganz vorsichtig jungs macht ihr das dann dann muss ich das nicht machen ihr macht ja gar nichts toll kann ich das machen der beobachtet der sieht mich einfach nicht sagt bist du da so dann ist das geklärt hier wo ist denn die munitionskiste bitte schön da ist ein müllcontainer aber das ist es sagt gut dann geht es weiter zum einsatz zu sagen was das für eine waffe die holen wir uns erst mal vorbei nicht macht mal jetzt weiter mit einsetzen cool schalten sie das labor aus schalten wir ja mal ich doch für dich karen oder wie du hieß ja war ja nicht ein richtiger name ein richtiger name ist wahrscheinlich jennifer oder chantal oder beatrix oder irgendwie so eine scheiße einschließen warte das so ich habe die waffenkiste markiert ich bin so ein pammel alter ja was ist das denn ich habe doch noch ein linksgelenk das war nun richtig fällig ist auf die ärsche weiter boden alles ok alles ok oh man oh man ich kann nicht auto fahren so komme ich nie bei dieser fischfabrik an komm jetzt na 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 was für eine mucke gar nicht auffällig ja wir holen uns erstmal die waffenkiste ja ich glaube ich bin so ziemlich da ist jetzt dämlich wenn ich da jetzt komplett rein bretter mit meinem fahrt alter das war fail alter das war richtig fail oh man ja digga es ist echt ein witz manchmal alter warte es da ist einer mit maschinenpistolen hat noch ein tempo ziele angreifen ja das sind wirklich viele ja toll ich hab's halt verkackt muss ich ganz ehrlich mal zugeben das werden wir auch nicht überleben ich hab's halt müssen hier weg müssen hier weg das ist nix ab in den bunker hier die sind jetzt alle nach da gelaufen jetzt kann ich das nämlich easy einnehmen hier ne geht auch nicht wo sind wo sind oh junge der heli ballert auf mich lass dein sniper runter hast du sonst nix zu tun oder was ja den würde ich gerne ausschalten da zack so der heli ist jetzt schon ein bisschen nervig ne ja ich muss halt warten bis der heli weg ist zack Junge das geht hier ab zack granate vorsicht scharfschütze ja überall sind scharfschützen und helis und was nicht alles ja digga ich bin gleich tot wenn du nicht endlich da mal reingehst in die hütte meine fresse der heli nervt kann immer jemand kaputt machen dann mach ich den halt kaputt ja es bringt überhaupt nichts mit dem sniper gewehr du sollst die ampel pfeifen nehmen scheiße jetzt kommen natürlich auch feinde wir sind ziemlich am arsch alter oh mein gott ey ich hab's voll verkackt aber richtig da kommt ja auch gleich verstärkung alter da kommt ja auch gleich verstärkung alter wie soll ich denn den heli ausschalten ja den krieg ich ja nie down ja den krieg ich ja nie down ja digga der heli muss halt down ja digga der heli muss halt down ja digga der heli muss halt down ja ich brauche erstmal munition hier nützt ja doch nix so hier ist munition gut oh gott scheiße die stehen da alle ja toll genau in mein team geworfen heli runter runter jetzt haben wir verschissen jetzt haben wir ganz klar verschissen auf den boden auf den boden hubschrauber ja ich versuch's hier noch irgendwie zu retten da steht einer um die ecke so alter jetzt kommt noch ein heli ist eh klar natürlich schicken die verstärkung alter ich mach hier ramazama ja ich bin nix das sind zivilisten alter ich brauche echt eine waffe mit granatwerfer sonst schützt ich gar nichts wo wo denn schon wieder ey alter ich komme hier gar nicht weiter ich weiß doch nicht wie man diese helis ausschalten soll ich muss erstmal den sniper da hinten erwischen Mist scharfschütze scharfschütze zielt erfolgt god damn die markiert nein du so simultan schuss aus ja für ihn halt aus dem simultan schuss jetzt reiz mal hier nix funktioniert ja digga ich hab so verschissen das ist unfassbar es ist unfassbar so warte hier war irgendwo munition nachschub markieren können wir auch noch machen warte mal ja ein heli los runter in aller seelen ruhe nutzen wir kurz das so granatwerfer rein ja ganz genau so jetzt kann mich der heli mal kreuzweise gleich ja keine heli ist ja witzig ich kann nicht mal das kaputt machen ja kann der heli sich vielleicht mal verpissen alter das sind tausend helis die hier sind ja geht doch alter weiter feines sturmgewehr jetzt gehts hier mal richtig los der heli ist tot jetzt könnt ihr mich alle mal kreuzweise zack ja als ob der noch lebt zack junge was war das denn jetzt ganz vorsichtig jungs hier können immer noch feinde sein überall da ist die waffenkiste ja ich will erst die waffenkiste ich will erst die waffenkiste so zack ah gott jetzt kommen wieder tausend leute auf fuck off alter fuck off fuck off junge rückzug ich snipe mich kurz weg zack ich will diese waffenkiste halt so so eben die waffe wechseln so zack 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 oh mann alter das war knapp geschafft alle noch ganz gut ich wollte gerade noch eine granate da reinjagen aber alles gut alles gut meine jungs haben das schon geklärt ja die kann ich auch gebrauchen so wo ist munitionskiste ausrüstung ja die sieht doch lecker aus zieloptik nämlich das ich kann halt kein dings reinballern aber das passt schon kein granatwerfer halt naja man kann nicht alles haben im leben passt schon so jetzt hier noch eben vorsichtig sein weil hier könnten immer noch tausend feinde sein auch das ist ja schon wieder koks zerstören da waren sie aber nicht sehr kreativ was soll ich jetzt machen hier granate fliegt mal sehen ob ich das überlebe das ist ein zivilisten da ist gut granate fliegt oh gott da kommen ja wieder tausend leute ich brauche erstmal munition hier da können wir uns auch verteidigen 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 ja die sind hier nämlich schon drin wo sind die ich weiß dass die im gebäude sind da ist einer so die waffe ist ja geil alter das macht spaß zack da sind die schon mal weg so die dinger sind kaputt granate fliegt granate fliegt und das ding jetzt auch zerstört el emisario zieht besser den kopf aus dem armen so perfekt wir sind gut wir sind wirklich gut Bakatari Junge der wird uns safe verraten ich sag euch das zu er fürstet el jajos reaktion wenn er herausfindet wie viel produktionskapazität sie eingebüscht haben klingt gut soweit um das weg zu machen hat el emisario befohlen eine klinik in okoro zu übernehmen und ein kokain labor daraus zu machen die klinik darf dem kartell nicht in die hände fallen sie ist zu wichtig für das ja darf ich den jetzt bitte eben abschnipen oder willst du noch mehr erzählen zack ja alles klar Bakatari ich hab dir nicht zugehört irgendwas mit koks klinik äh koks ist gesund das meinst du glaube ich alles klar so dann wärs das für dieses video wieder ich bedanke mich rdlp